Vorlage in Vorbox Hochschule Trägerfeld Die Otto Friedrich Universität Bamberg ist eine der ältesten Universitäten Bayerns und gehört etwa in den Fachrichtungen Psychologie, Germanistik, Pädagogik, Wirtschaftsinformatik, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften zu den führenden Hochschulen Deutschlands. Ihre Einrichtungen befinden sich im Stadtgebiet Bambergs. Sie hat derzeit etwa 13.000 Studenten. Geschichte Sie wurde 1647 unter dem Namen Academia Bambergensis von Fürstbischof Meischio Otto Feuth von Salzburg mit den Fakultäten Theologie und Philosophie, gegründet und bis 1770 nach ihrem Gründer als Academia Ottoniana bezeichnet. Im 18. Jahrhundert erfolgte unter Fürstbischof Friedrich Karl von Schönborn und Fürstbischof Adam Friedrich von Seinsheim die Gründung der Fakultäten Jura und Medizin. Damit umfasste sie die vier klassischen Fakultäten und wurde 1773 von Fürstbischof Adam Friedrich von Seinsheim zur Volluniversität mit dem Namen Universitas Ottoniano Fridericiana nach ihren beiden Stiftern erhoben. 1803 wurde die Universität im Zuge der Säkularisation des Hochstifts aufgehoben. Katholische Theologie konnte jedoch weiterhin in einem Lyzeum studiert werden, so dass die Tradition als Hochschule nie wirklich unterbrochen war. Nachfolgeeinrichtung war die 1923 gegründete Philosophisch-Theologische Hochschule Bamberg. Mit dieser längeren Phase in der Zwischenzeit als Lyzeum bzw. staatliche Philosophisch-Theologische Hochschule war sie offiziell keine Universität. Im Jahr 1972 wurde die Philosophisch-Theologische Hochschule, welche allerdings die Tradition der vormaligen Universität fortführte, mit der Pädagogischen Hochschule zur Gesamthochschule Bamberg zusammengefasst. Durch diese Wiedergründung ist sie zugleich die drittjüngste bayerische Universität. 1979 erfolgte die Umbenennung der einzigen staatlichen Gesamthochschule Bayerns in eine Universität. Am 1. Januar 1988 erhielt die Universität Bamberg ihren alten Namen zurück und heißt seitdem Otto Friedrich Universität Bamberg. Am 1. Oktober 2001 wurde die Fakultät Wirtschaftsinformatik und Angewandte Informatik gegründet. Universitätsleitung Die Universitätsleitung besteht aus dem Vorsitzenden mit dem Titel Präsident, drei Vizepräsidenten mit verschiedenen Ressortbereichen sowie der Kanzlerin. Dem Präsidium gehören an Godehard Ruppert, Sebastian Kempen, Maike Andresen, Guido Wirtz, Dagmar Steuerflieser. Zusammen mit den Dekanen der Fakultäten wird die erweiterte Universitätsleitung gebildet. Dem Universitätsrat gehören neben den gewählten zehn Senatsmitgliedern zehn externe Mitglieder an. Elisabeth Fiorioli, Generalsekretärin der österreichischen Universitätenkonferenz BIN. Hartwig Frinke, Geschäftsführer der UFA GmbH Bamberg. Hiefer Hofmeister, Professorin Johann Wolfgang Goethe, Universität Frankfurt am Main. Wolf-Rüdiger Knocke, Vorstand Nürnberger Versicherungsgruppe. Thomas Lörner, Geograf-Alumnus. Roberta Meyerhofer, Professorin Universität Graz. Joachim Möller, Direktor des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung Nürnberg. Claudel Mullen, Professorin Universität Trier. Birgit Spanner-Ulmer, Direktorin für Produktion und Technik des Bayerischen Rundfunks München. Dieter Timmermann, Präsident des Deutschen Studentenwerks DSW und ehemaliger Rektor der Universität Bielefeld. Frühere Rektorin und Präsidenten seit der Wiedergründung. Ottmar Hegelbacher und Elisabeth Roth, 1972-1973. Elisabeth Roth, 1973-1976. Siegfried Opolzer, 1976-1992. Alfred E. Herold, 1992-2000. Fakultäten Die Universität hat heute vier Fakultäten. Geistes- und Kulturwissenschaften, Humanwissenschaften, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik und Angewandte Informatik. Diese Fakultäten verteilen sich auf folgende Standortgruppen in Bamberg. Innenstädtische Standorte. Huwi-Fakultät außer Musik, Kunst und Sportpädagogik. Ebber Gelände. Musikpädagogik der Huwi-Fakultät. Feldkirchenstraße mit Kirschhecker und Kärntenstraße. Sportpädagogik der Huwi-Fakultät. Nach den in einem Zusatzprotokoll zum Konkordat getroffenen Vereinbarungen zwischen dem Freistaat Bayern und dem Vatikan wurde die Fakultät. Katholische Theologie zu einem Institut im Rahmen der Lehrerbildung umstrukturiert. Seit Beginn des Wintersemesters 2009-2010 ist dieses Institut in die Fakultät Geistes- und Kulturwissenschaften integriert. Die Studierendenzahlen sind nach der Fakultätenstatistik im Sommersemester 2015 Geistes- und Kulturwissenschaften 4304 Sozial- und Wirtschaftswissenschaften 5041 Humanwissenschaften 2261 Wirtschaftsinformatik und Angewandte Informatik 1227 Fakultäten nicht zuzuordnen. 10. Gesamt. Der Anteil weiblicher Studierender beträgt 62%. Der Anteil ausländischer Studierender 7,2%. Die Universität Bamberg ist Mitglied im Mediencampus Bayern, dem Dachverband für die Medienaus- und Weiterbildung in Bayern. Studienangebot. Das Studienangebot umfasst 27 Bachelor- und 52 Masterstudiengänge sowie Studiengänge der Lehrämter. Beruflich Qualifizierte können unter bestimmten Voraussetzungen auch ohne Abitur an der Universität Bamberg studieren. Seit dem Wintersemester 2011-2012 können fast alle Studiengänge an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg in Teilzeit studiert werden. Forschungsprofil, Bildung und Lebensentwürfe, Individuum und Gesellschaft, Sprachen und Kulturen, Wirtschaft und Märkte, DFG-geförderte Programme, DFG-geförderte Graduierten Schule im Rahmen der Exzellenzinitiative Bamberg Graduate School of Social Sciences, Märkte und Sozialräume in Europa, DFG-geförderte Forschergruppe Bildungsprozesse, Kompetenzentwicklung und Selektionsentscheidungen im Vorschul- und Schulalter. Lage Die Liegenschaften der Universität sind zum großen Teil historische Gebäude, die für die Universität umgenutzt wurden und sich überwiegend im Kern der Bamberger Altstadt befinden. Dazu zählen das ehemalige Jesuitenkolleg, das ehemalige Hochzeitshaus, das ehemalige Schlachthaus, der ehemalige Bauhof sowie die ehemalige Feuerwache der Stadt. Die Sprach- und Literaturwissenschaften sind zum Teil in Gebäuden untergebracht, die vorher zum Kaiser Heinrich-Gymnasium gehörten. Die Fakultät Human Wissenschaften befindet sich in der ehemaligen Frauenklinik am Markusplatz. Dort wurde zum Wintersemester 2011 zwölftel ein neues Hörsaal und ein weiteres Institutsgebäude eröffnet. Die Fakultät Sozial- und Wirtschaftswissenschaften mit einem großen Teil der Studenten ist in einem Bau in der Feldkirchenstraße sowie der benachbarten Kärntenstraße und Kirscheckerstraße im Osten Bambergs zu finden. In der Feldkirchenstraße befinden sich auch die Zentralbibliothek der Universitätsbibliothek Bamberg und das Rechenzentrum. Daneben entstand eine neue Mensa, die zum Wintersemester 2019 ihren Regelbetrieb aufgenommen hat und vom Studentenwerk Würzburg betrieben wird. 2012 kam ein weiterer Großbau auf der sogenannten Erberinsel für die Fakultät Wirtschaftsinformatik und angewandte Informatik und die Kommunikationswissenschaftler der GUK-Fakultät hinzu. In einem aus der Zeit der industriellen Nutzung bestehenden Ziegelbau entstanden etwa 300 Studentenappartments. Siehe auch, Liste der Hochschulen in Deutschland, Kategorie Bamberger Hochschullehrer, Ottfried.